Es ist wichtig, dass Sie die WISP-Pädiatrie-Maske täglich und vor dem allerersten Gebrauch reinigen. Nehmen Sie die Maske für die Reinigung auseinander. Drücken Sie den Schnelllösespanner am Kniestück zusammen und ziehen Sie ihn vom Maskenkissen weg. Drücken Sie nun das Kissen aus dem Maskenrahmen heraus. Um das Kopfband zu entfernen, lösen Sie die unteren Clips. Falls Sie die Clips nicht verwenden, öffnen Sie die unteren Laschen. Öffnen Sie nun die oberen Laschen und ziehen Sie sie durch den Maskenrahmen. Nehmen Sie den Schlauch aus der Stoffhülle heraus. Reinigen Sie die Maskenteile in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Bleichmittel, Alkohol, Weichmacher oder sonstige Pflegezusätze beinhalten. Spülen Sie alle Teile mit klarem Wasser aus und lassen Sie sie geschützt vor Sonneneinstrahlung an der Luft trocknen. Versichern Sie sich, dass die Maske vor dem erneuten Gebrauch vollständig trocken ist. Waschen Sie die Stoffteile mindestens einmal pro Woche per Hand. Legen Sie die Stoffteile zum Trocknen aus oder hängen Sie sie auf. Geben Sie sie nicht in den Wäschetrockner. Überprüfen Sie die Maske und den Schlauch vor dem Gebrauch auf Abnutzungserscheinungen wie Löcher oder Risse und ersetzen Sie abgenutzte oder kaputte Teile. Innovation & You Philips Respironics Duale Teile und directing Vielen Dank.